Ausfahrt TV ist ein Partner von Leasingmarkt.de Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV. Und hier ist der Schlüssel zu meinem heutigen Testwagen. Das ist der Jeep Cherokee Overland. Der Jeep Cherokee ist ein SUV oder Geländewagen vielleicht sogar aus dem Segment der Mittelklasse. Drei Mitbewerber habe ich exemplarisch für euch. Einmal der Alfa Romeo Stelvio, der Mazda CX-5 und der Volvo XC60. Der Jeep Cherokee wurde als Facelift der fünften Produktgeneration im Januar 2018 in Detroit erstmalig vorgestellt. Er wird in Belvedere, Illinois in den USA gebaut. Beim Euro-NCP-Crash-Test hat er im Jahre 2019 vier von fünf Sternen bekommen. Jeep bietet den Cherokee zum Basislistenpreis von 47.500 Euro an. Unser Testwagen in der Ausstattungslinie Overland hat einen Listenpreis mit allen zusätzlichen Optionen von 52.680 Euro. Das Fahrzeug haben wir für euch nachkonfiguriert. Die Konfiguration auf unserer Homepage hinterlegt. Den Link zur Homepage findet ihr unten im Videobeschreibungstext. Direkt darüber der Link zu unserem Partner Leasingmarkt.de. Die haben über alle Marken, über alle Segmente klasse Leasingangebote. Nicht nur für Gewerbe, sondern auch für Privatpersonen. Also wenn ihr überlegt, so ein Auto zu leasen, schaut auf jeden Fall mal bei Leasingmarkt in die Angebote. Der 2020 Jeep Cherokee hat einen 2,2 Liter rein Vierzylinder Diesel unter der Haube. Der leistet 195 PS und hat ein maximales Drehmoment von 450 Newtonmeter, welches bei 2000 Umdrehungen pro Minute anliegt. Geschaltet wird mittels neun Stufen Automatik. Der Cherokee hat Allradantrieb. Es gibt drei unterschiedliche Allradstränge. Wir haben hier den einfachen. Der Wagen fährt in der Regel mit Frontantrieb und Allrad wird zugeschaltet. In der zweiten Ausbaustufe hat man dann noch einen Kriechgang, also eine Low-Range-Übersetzung und in der dritten Ausbaustufe ein Sperrdifferenzial hinten. Unser Testwagen beschleunigt von 0 auf 100 in 8,8 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 202 kmh. Der Durchschnittsverbrauch laut Hersteller beträgt 6,6 Liter auf 100 Kilometer bei einem CO2-Ausstoß von 175 Gramm pro Kilometer. Das sind Neffs-Angaben. WLTP 7,9 Liter und 195 Gramm pro Kilometer. Vollbetankt mit 60 Litern Diesel kommt man im Idealfall 900 Kilometer weit. Optional kann man den Jeep Cherokee auch noch mit einem Benziner bestellen. Jeep hat uns den Cherokee in der Ausstattungslinie Overland zur Verfügung gestellt. Das ist die mittlere von drei Ausstattungslinien oder auch die eleganteste. Denn darüber liegt die Trailhawk, die ist dann eher fürs Gelände zum Offroad-Fahren gedacht. In der Basis hat das Fahrzeug schon volle LED-Scheinwerfer. Unser Modell hat zusätzlich noch LED-Nebelscheinwerfer. In der Basis steht der Jeep Cherokee auf 18 Zoll Alufelgen. Zu unserer Ausstattungslinie würden schlanke 19 Zoller gehören. Jeep hat uns den Wagen aber mit Winterheifen gegeben. Und so sieht das aus, wenn er 17 Zoll Felgen aufgezogen hat. Wir haben hier eine Bodenfreiheit von 157 Zentimeter. Die Farbe unseres Testwagens nennt sich Diamond Black. Und insgesamt kann man zwischen sechs Farben auswählen. Also hört er sich an, der 2,2 Liter Diesel hier im Jeep Cherokee. Das Auspuffrohr ist nicht echt, das ist eine Blende. Aber in der Blende befindet sich ein etwas kleineres Rohr. Ein bisschen handlicher ist es. Der Wagen, ich spiele hier gerade mit der Lichtorgel, hat volle LED-Rückleuchten. Mit dem Schlüssel der Funkfernbedienung kann ich das Fahrzeug aus der Ferne fähr- und entriegeln. Die Fenster oder das Schiebedach kann ich nicht steuern. Und ich habe Keyless Go an den vorderen Türen und an der Heckklappe. Eine Jeep-Einstiegsleiste gibt es übrigens auch noch. Ich steige jetzt ein. Das muss ich eigentlich nicht ankündigen. Es geht doch ein ganz schönes Stückchen nach oben. Aber das finde ich nicht unbequem. Herzlich willkommen im Innenraum hier vom Jeep Cherokee in der Overland-Ausstattungslinie. Ein Paket ist zusätzlich dazugekommen. Unter anderem die Lenkradheizung und die Gummimatten. Schaut einfach einmal in die Konfiguration und dann wisst ihr, das kostet auch nicht die Welt an Aufpreis. Ja, ich fange sofort an mit dem Materialcheck. Und wenn ich das richtig spüre, hier ist wirklich das komplette Dashboard oder Maturenbrett mit richtigem Leder bezogen. Es fühlt sich auf jeden Fall wie Leder an. Lediglich hier die Klappe. Da haben wir harten Kunststoff. Und auch im vorderen Bereich, da hinten die Kante, das ist auch harter Kunststoff. Aber das ist alles schön weich. Dann hier der Anschluss. Auch wieder harter Kunststoff. Genauso der Deckel vom Handschuhfach. Wenn wir hier unten gucken, Teppich, harter Kunststoff, harter Kunststoff. Das Infotainment-System ist hochglänzend schwarz eingefasst. Hier wieder harter Kunststoff. Da auch. Hier auch noch ein bisschen hochglänzend schwarz. Und die Mittelarmlehne, da würde ich sagen, das ist auch wieder Kunstleder. Während die Sitze mit echtem Leder bezogen sind. Und die Sitzflächen sind auch perforiert wegen der Sitzbelüftung. In der Tür im oberen Bereich haben wir eine weiche Oberfläche. Daran anschließend dann Kunststoff. Auch die Armlehne. Und hier haben wir dann wieder harten Kunststoff. Das gilt auch für den unteren Bereich. Das ist auch komplett harter Kunststoff. Die A-Säule ebenfalls. Der Himmel, der ist dann mit Stoff bezogen. Aber eine echte Unterschäumung oder Unterfütterung spüre ich hier nicht. Vielleicht ein ganz, ganz bisschen. Ja, was das Materialmix angeht. Es ist ein Amerikaner. Da erwartet man ja erstmal nur eine Plastikwüste. Das ist hier gar nicht so. Was ich sehr schön finde, ist wirklich hier die Echtlederausstattung. Und auch das bisschen Holz am Lenkrad, was ich euch noch gar nicht gezeigt habe. Das ist schon eine feine Sache. Rein von dem Materialmix. Ich finde es angenehm und auch passend. Vor allen Dingen, wenn man sich dann den Kaufpreis ansieht. Dann mache ich gleich weiter mit der Ergonomie. Der Startknopf wäre hier unten. Den drücke ich auch einmal. Jetzt fährt auch der Sitz nach vorne. Damit sich hier das Infotainment-System einmal aufbaut. Ich fange aber an mit den Lüftungsdüsen. Die kann ich frei verstellen. Und habe auch noch den Regler für den Luftstrom. Und das ist bei den äußeren Lüftungsdüsen genauso gegeben. In der Mitte dann ein 8,4 Zoll Display, meine ich. Als Touchscreen aufgebaut. Und auch mit einem Screen für die Steuerung der Sitzheizung. Da drunter dann Fahrassistenzsysteme und der Warnblinkschalter hier groß und zentral angebracht. Noch eine Etage tiefer. Auch nochmal hier ESC und Start-Stop. Den Screen kann ich ausschalten. Das System muten. Lautstreckeregler und Browser quasi. Und hier dann die Steuerung der Klimaanlage mit den zwei Klimazonen. Eine Etage tiefer haben wir hier den Fahrmodi-Schalter. Kann ich halt dran drehen, um die einzelnen Fahrmodi anzuspringen. Und hinter dem Gangwahlhebel habe ich dann noch den Hebel für die elektrische Feststellbremse. Bei dem Lenkrad handelt es sich um ein Multifunktionslenkrad. Das ist hier unten mit Leder bezogen. Und oben haben wir so ein bisschen dunkles Holz. Das Lenkrad kann ich manuell verstellen. Und das ist hier der Radio, das ich habe. Leicht oberhalb der unteren Positionen kann ich dann das Cockpit auch hervorragend einsehen. Nur wenn ich es ganz runter schalte, passt das halt nicht. Auf der linken Seite steuere ich den Bordcomputer und habe hier noch Funktionen vom Infotainment-System. Und auf der linken Seite steuere ich den Tempomaten bzw. adaptiven Tempomaten bzw. Speedlimiter und hier die Abstandsregelung. Zu dem Extra-Paket gehören auch die Schaltwippen am Lenkrad. Das ist allerdings hier nur so ein kleiner Bereich. Da passen gerade zwei Finger drauf. Fühlt sich mit Tellern an. Ich würde aber sagen, das ist nur beschichtetes Plastik. Und hier im unteren Bereich kann man das sehen. Auf der rechten Seite habe ich über die Wippe die Lautstärke und einen Taster zum Looten des Systems. Und auf der linken Seite kann ich durch Sender skippen und mit dem Taster die Quelle auswählen. Also Apple CarPlay oder AM, FM, DAB. An der Längssäule rechts dann der Scheibenwischerschalter für vorn und hinten. An der Längssäule links tatsächlich nur Fernlicht, Lichthupe und Blinker. Den Lichtschalter habe ich hier links neben dem Lenkrad. Dazu noch Cockpit und die Lichteinstellung. Und hier kann ich die Heckklappe hinten auch noch öffnen. In der Erweiterung der Armlehne haben wir dann einmal die Zentralverriegelung. Dann dazu noch die vier elektrischen Fensterheber mit dem Sperren der Fenster hinten. Und die Spiegelverstellung. Dazu im oberen Bereich hier noch zwei Speicherplätze für die Sitzkonfiguration. Und hier kann ich per Knopfdruck die Spiegel auch anklappen lassen. Ich bin, jetzt seht ihr das mal mit dem Sitz, dass er ständig vor und zurück fährt. Ich bin 1,80 Meter groß. Ich presse mich mal in den Sitz zwischen meinem Kopf und dem Himmel passt gerade mal so quer eine Faust. Und das auch nur zögerlich. Dennoch fühle ich mich in der Kopffreiheit nicht beengt und auch zur Seite nicht. Ich bin mit Alex mit dem Auto gut 600 Kilometer, meine ich, gefahren. Das passt auf jeden Fall. Man fühlt sich hier überhaupt nicht beengt. Man hat eine ganze Menge Platz. Und auch der Blick nach vorne, das ist in Ordnung. Was man auch nochmal hier festhalten kann, man sitzt wirklich gefühlt extrem hoch in dem Auto. Also auch im Straßenverkehr, man denkt schon, man ist nochmal ein Stückchen höher, als man wirklich sitzt. Das finde ich ganz interessant. Die Sitze empfinde ich hochkomfortabel. Also da hatte ich eine ganze Menge Spaß drin. Die kann ich elektrisch verstellen. Vor und zurück, hoch und runter. Die kann ich vorne ankippen. Ne, hinten fährt er dann nur mit. Die Lehne selbstverständlich verstellen. Und ich habe noch eine Loa-Dose-Stütze, die in alle vier Richtungen funktioniert. Dazu im Infotainment-System die Steuerung hier von Sitzheizung und Sitzbelüftung. Belüftung zweistufig, die Sitzheizung, die Heizleistung in High ist auch ordentlich. Und die Belüftung funktioniert halt auch. Dazu noch die optionale Lenkradheizung. Ein bisschen nervig ist, dass wenn man jetzt hier am Fahren ist, dass man keine Knöpfe hat, sondern tatsächlich eins, zweimal mindestens tippen muss. Und ihr seht es hier auch nochmal ganz schön. Sitzheizung und Sitzbelüftung gleichzeitig funktioniert halt nicht. Dann starte ich das Fahrzeug nochmal für die Lichtorgel. Dann haben wir so einen klassischen Drehzahlmesser auf der linken Seite. Der Tachometer genauso klassisch auf der rechten Seite. Dazwischen dann ein großes oder ein größeres Display. Im unteren Bereich Kühlwassertemperaturanzeige und Tankanzeige. Die Gesamtlaufleistung wird auch noch angezeigt. Oben die Himmelsrichtung, die Außentemperatur und die Mediaquelle, die gerade aktiviert ist. Und dann haben wir Teile noch hier von den Assistenzsystemen, in dem Fall der Spurhalteassistent. Rechts dann sehe ich die Fahrstufe, die eingelegt ist. Und wenn ich hier das Fahrprogramm ändere, dann wird mir das nur einmal kurz im Display angezeigt. Und danach verschwindet das dann auch wieder. Und ich kann jetzt mal durch den Bordcomputer durchschalten. Geschwindigkeit, Fahrzeuginfos, da haben wir ein bisschen mehr. Ich glaube, ihr müsst das hier nicht alles kommentieren. Ihr habt ja alle gute Augen. Ich hoffe, die Kamera fängt das auch einigermaßen an. AdBlue hatten wir schon. Fahrassistenzsysteme, Screen, Kraftstoffverbrauch. Auch da gibt es zwei Ansichten. Trip-Info. Ebenfalls zwei Trips können wir hier bedienen. Start, Stop, was auch immer. Audio, Meldungen. Das Display kann ich noch anders konfigurieren. Und das war es dann auch schon. Mache ich gleich weiter mit dem Rundumblick. An der B-Säule kann ich gut vorbeisehen. Auch an den A-Säulen. Da seid ihr. B-Säule okay. C-Säule okay. Und dahinter haben wir dann definitiv einen toten Winkel. Egal, ob die Kopfstütze ausgefahren ist oder nicht. Vor allen Dingen, wenn noch jemand da sitzt, dann verdeckt er auch noch das Fensterchen. Da hinten ist das Auto dann aber auch schon zu Ende. Toten Winkel kann ich immer über den Blick in den Seitenspiegel aufheben. Die Spiegelfläche ist hier auch sehr schön groß, passt gut zum Fahrzeug. Ich kann den rückwärtigen Verkehr hervorragend im Auge behalten. Damit glänzt der Innenspiegel nicht ganz so. Ich kann zwar gerade noch so mit einem Blick die komplette Heckscheibe erfassen, aber die Sicht nach hinten durch den Rückspiegel ist dann auch durch die Kopfstützen limitiert, wenn die denn ausgeklappt sind. Und auch sonst ist das Fenster nicht besonders groß. Der Wagen kommt dann noch mit einer Rückfahrkamera. So sieht die aus. Das Bild ist weder knackig noch scharf. Aber die Linien lenken mit und es reicht halt locker aus, um das Fahrzeug sicher in eine Parklöcke zu fahren. Ja, dann bin ich auch schon durch. Das Einzige, was noch fehlt, ist der Hupencheck. So hört sich die Hupe an im Jeep Cherokee. Dann mache ich gleich weiter mit dem Ablagencheck und zeige euch hier die Ablagen im Vorderwagen. Fangen wir wie immer an mit den Türtaschen. Hier habe ich die halbe Liter Flasche von unserem Partner YFood, die ich immer als Musterflaschen nehme. Die ist ehrlich gesagt von Alex. Der konsumiert das nämlich auch, das YFood. Wenn auch ihr konsumieren wollt, im Beschreibungstext findet ihr einen Rabattcode. Literflaschen wird hier schon eng. Das sieht man, glaube ich. Dahinter dann auch noch ein bisschen Staufach. Das geht ungefähr bis hier. Da kann man zumindest ein paar Warnwesten verstauen. Und die Griffschale haben sie auch mit so einem kleinen Plättchen rutschfest ausgekleidet. Links neben dem Lenkrad haben wir dann noch ein Minifach. Auch das, nee, das ist harter Kunststoff, geriffelt. Ist ja so ansatzweise rutschfest ausgekleidet. Ich weiß auch nicht, was man da rein tun soll. Aber ein kleines Fach gibt es. Vor dem Gangwahlhebel habe ich dann auf der einen Seite USB und AUX. Der USB-Anschluss ist mit dem System verbunden. Und dazu noch ein 12-Volt-Anschluss mit einem Zigarettenanzünder. Dahinter dann ein schmales Fach, aber ziemlich tief. Eine rutschfeste Matte ist da durchaus drin. Und hier als Größenvergleich mal ein iPhone 11 Pro Max. Pass hier hervorragend rein. Und das kann ich dann auch noch nebenbei laden. Wir haben hier zwei Getränkehalter noch hinter dem Gangwahlhebel. Da gibt es so drei Luftblasen als Abstandshalter. Ich nehme mal wieder hier meinen halben Liter Y-Food. Der passt hier super rein. Viel mehr Platz haben wir aber auch nicht. Auch auf der anderen Seite greift er gut und hält sicher, kippelt wenig. Hinter dem Getränkehalter dann hier nochmal so ein kleines Fach. Eher für einen Stift geeignet, aber auch rutschfest ausgekleidet. Dann die Mittelarmlehne kann ich nicht verstellen, sondern tatsächlich nur öffnen. Und hier hat der Alex nochmal Kaffee mit. Da gibt es dann auch nochmal einen 12 Volt Anschluss und einen zweiten USB Anschluss. Dazu Münzhalter, wenn ich das hier richtig verstehe. Und unten sieht man auch noch eine Filzmatte. Und da ist genug Höher, dass dieser halbe Liter auch drin stehen kann in dem Abteil. Im Fußraum vom Beifahrersitz haben wir hier so ein Mini-Gepäcknetz. Und natürlich gibt es auch ein Handschuhfach. Das Handschuhfach ist beleuchtet. Das sieht man da hinten gut. Und ich lade mal aus, fröhlich und fröhlich. Man sieht, wie weit das da hinten reingeht. Denn das sind dann die Warnwesten. Die passen also, muss man schon richtig weit reingreifen. Und was ich auch sehr cool finde, das darf ich mal zeigen, hier ist das Bordmaterial drin, also das Handbuch. Das finde ich schon ziemlich cool und auch schick. Und wie man sieht, es passt hier doch eine ganze Menge rein und es ist immer noch Platz für mehr. In der Sonnenblende haben wir einmal einen Make-up-Spiegel. Spiegelfläche mittelgroß, wird beleuchtet von beiden Seiten. Dazu hier dann noch ein Tickethalter und das Ganze kann ich auch zur Seite drehen und natürlich nach hinten schieben. Das ist ja ein amerikanisches Auto und da hinten kommt wirklich kaum noch Licht durch. Übrigens, an allen vier Türen haben wir auch Haltegriffe. In der Dachkonsole Leseleuchten für Fahrer und Beifahrer. In der Dachkonsole haben wir die Einstiegsbeleuchtung, gleichzeitig Leseleuchten für Beifahrer und Fahrer. Ich weiß auch nicht, warum das nicht ausgeht. Dann haben wir hier die Verstellung für die Verdunklung des Schiebedachs. Man sieht das glaube ich ganz schön, die ist auch blickdicht und man kann das Ganze dann auffahren. Über beide Bereiche. Dazu kann man das Dach noch anstellen oder man öffnet es auch ganz. Dabei schiebt sich die vordere Glasfläche tatsächlich unter die hintere Glasfläche. Das sieht man jetzt glaube ich hier auch ganz gut. Und im vorderen Bereich stellt sich dann der übliche Kamm auf als Insekten- und Windschutz. Ja und damit habe ich euch auch alles gezeigt hier an Ableibemöglichkeiten. Dann mache ich gleich weiter mit dem Infotainment-System und stelle euch rudimentär die wesentlichen Funktionen vor. Das ist also hier Radio. Ich habe hier unten erstmal Kurzweiltasten. Radio habe ich FM, AM, DAB. Kann jetzt hier auch entsprechend weitersuchen. Ich habe eine Durchsuchen-Funktion, wo er mir die ganzen gefundenen Sender anzeigt. Und wenn ich in FM reingebe, dann könnte ich hier auch eine Frequenz frei eingeben. Dazu haben wir hier dann noch die Einstellungsmöglichkeiten der Fäder. Einen dreistufigen Equalizer und Surround-Klang kann ich auch noch aktivieren bzw. deaktivieren. Analog dazu Medien, USB 1, USB 2, USB 3 kann ich hier ansteuern. Dazu noch Bluetooth und AUX-In. Nicht nur die Sitze haben hier ein eigenes Feld, sondern auch die Klimaanlage hat dann nochmal einen eigenen Screen, wo ich alles Mögliche einstellen kann. Wir gehen aber weiter zur Navigation. Ich gebe eine Adresse ein in Deutschland. Ich suche Bielefeld. Hat er auch schon gefunden. Also okay. Jetzt wähle ich aus und sage Wertherstraße mit der Hausnummer 42. Das Ganze mit okay bestätigen. Hier nochmal im Dialog aussuchen. Das sieht richtig aus. Route nach. Schnelle Route läuft. Alternativen könnte ich mir auch noch anzeigen lassen. Kurz, sparsam, schnell. Ich will aber schnell. Und los geht's. Dann sieht das Ganze so aus. Ich kann hier auch noch rauszoomen. Und dann haben wir hier noch die Möglichkeit zwischen 3D und 2D und 2D Nord angerichtet zu wählen. Aber 3D finde ich immer ganz gut. Achso. Und hier gab es auch noch eine Vollbildansicht. Dann wird das Navigationsfenster auch noch entsprechend größer. So. Menü. Navigation beenden. Möchten Sie das wirklich? Jawohl. Ja. Dann nehme ich hier einmal die Sprachtaste. Sucheadresse. Wertherstraße. 42 Bielefeld. Möchten Sie jetzt die Zielführung starten? Ja. Zielführung wird gestartet. Gut. Und dann kann ich das auch hier wieder beenden. Jawohl. Ja. Und zu guter Letzt kann ich euch noch einmal Carplay zeigen. Das ist hier halt auch integriert. Da wird nicht der ganze Screen genutzt, sondern der untere Bereich bleibt stehen. Und was ich euch noch nicht gezeigt habe, sind die Apps. Da kann ich dann auch noch gewisse Sachen anspringen. Ja. Das Fahrzeug kommt mit einem Alpine Sound System. Das hört sich eigentlich sehr gut an. Höhlen sind klar da. Bass macht auch schön Volumen. Allerdings fallen die Mitten dann so ein bisschen raus. Verschwinden in den Höhlen, aber auch in den Tiefen. Trotzdem, das ist ein sehr ordentliches System. Und wenn ich mir das Auto kaufen würde, wäre ich damit auch zufrieden. Gerne präsentiere ich euch auch einmal das Platzangebot hier auf der Rücksitzbank und natürlich auch die Innenausstattung. Der Vordersitz hat eigentlich so eine Easy Entry-Funktion. Der fährt immer zurück, bevor man aussteigt, damit man bequemer vorne aussteigen kann. Das heißt natürlich, dass der auch immer ziemlich weit hinten steht. Ich habe ihn jetzt extra ein Stück vorgefahren, damit das so das übliche Platzangebot ist, was man auch während der Fahrt hat. Der Kopf muss sich definitiv einziehen und auch hier hinten geht es ziemlich weit nach oben. Ja, und so sitze ich hier im hinteren Bereich. Das sieht erst einmal gar nicht so schlecht aus. Das Problem ist ja bloß, wenn ich mich einigermaßen gerade hinsetze, dann streife ich mit meinem schütteren Hauptteil hier den Himmel. Denn zwischen dem Himmel und meinem Kopf passt keine flache Hand, sondern allenfalls ein Blatt Papier. Wenn ich mich so ein bisschen entspannter hinsetze, geht das gerade noch so. Ist aber trotzdem eine knappe Sache. Und ich bin ja nur 1,80 Meter groß. Der Fahrersitz ist auch auf mich eingestellt. Den habe ich jetzt auch davon bewahrt, dass er zu weit nach hinten wieder fährt. Von der Beinfreiheit ist das hier alles in Ordnung. Die Vordersitze sind zwar nicht hart verschallt, aber da ist irgendwas Härteres eingearbeitet, dass ich jetzt auch jedem Fahrer nicht meine Knie in den Rücken rammen kann. Meine Füße kann ich zudem komplett unter den Vordersitz schieben, ganz bequem, obwohl der in der tiefsten Stufe sich befindet. Also das ist alles in Ordnung. Die Kopffreiheit hier allerdings ein bisschen grenzwertig. Und auch wenn ich meinen Kopf zur Seite drehe, ich stoße jetzt zwar nicht gleich an den Holm, aber ich merke schon von der Anmutung, dass das alles ziemlich nah ist. Ich kann aber hier auch schön aus dem Fenster gucken. Apropos, Scheiben sind getönt, solltet ihr ganz gut sehen. Es bleibt hier aber in der Tat noch so ein Bereich stehen. Und es gibt keine Automatik, sprich keinen Einklemmschutz. Dann mache ich gleich weiter mit der Ausstattung. Hier wieder der halbe Liter Weifen, passt hier locker rein. Auch hier wüsste ich nicht, ob hier wirklich eine Literflasche reinpasst. Dahinter noch ein kleines Stauffach. Das endet hier aber auch direkt. Da gibt es keine zusätzliche Reserve oder vielleicht eine Warnweste kann ich da gleich noch reinstellen. Auch hier die Griffschale wieder rutschfest ausgelegt. Im oberen Bereich dann der Haltegriff mit einem kleinen Kleiderhaken, den ich hier so runterziehen kann. Und die Beleuchtung, die ich irgendwie gerade nicht deaktiviert kriege. Zumindest eine Leseleuchte, also für die äußeren beiden Sitzplätze. An der Stelle einmal verwiesen aufs Panoramadach, was ja serienmäßig dabei ist. Ich habe also hier einen schönen Blick nach oben. Klar, so einen dicken Balken dann noch, aber der stört nicht wirklich, weil hier, guck mal, da ist die Sonne. An der Rückseite der Vordersitze haben wir dann Fächer für Zeitungen und Magazine. Das geht auch ziemlich weit rein. Da sollte also auch einiges reinpassen. In der Mitte dann zwei Luftausströmer, die ich frei verstellen kann. Und den Luftstrom kann ich hier für beide gemeinsam regeln. Ein bisschen weiter unten dann Sitzheizung für die äußeren beiden Sitzplätze. Das ist zweistufig und hier dann noch zwei USB-Anschlüsse und auch noch ein 230 Volt-Anschluss, den ich mit 180 Watt belasten kann. Der Wagen kommt auch mit einer Mittelrahmenlehne. Hier enthalten sind dann zwei Getränkehalter wieder. Und da habe ich ebenfalls die drei Luftpolster. Allerdings ein bisschen weniger Platz als vorne. Zumindest fühlt es sich so an. Der halbe Liter Wifehut, der passt aber hier auch wieder prima rein. Ja, was ich ganz spannend finde, der Wagen hat tatsächlich Isofix-Halterung für drei Isofix-Sitze hier hinten. Das zeige ich gleich beim Bereich Kinder. Aber wenn ich so sitze, ich brauche auf jeden Fall das Polster bis hier hin, so breit wie ich bin. Das heißt, beim Beifahrersitz auch. Also hätte ich jetzt nur die schmale Stelle, wo dann noch ein Erwachsener sitzen sollte. Wenn wir über Personen mit meinen Ausmaßen reden, eher schwierig. Wenn wir schlanke Personen haben, könnte ich mir sogar vorstellen, dass hier drei reinpassen. Allerdings, wenn ich mich in die Mitte setze, dann merke ich, dass ich hier auch deutlich unkomfortabler sitze. Ein bisschen höher, härter und die Armlehne ist auch ein sehr straffes Rückenpolster. Also auch das wäre jetzt nicht mein Wunsch. Aber hier dann nochmal die Einblendung mit den drei Jans, dann seht ihr, wie eng ich sitzen würde. Ein praktisches Feature ist dann noch, dass man die Rücksitzbänke, also die beiden Hälften, auch nochmal hier um gut 15 Zentimeter schätze ich mal verschieben kann. Somit entweder den Kofferraum vergrößert oder aber auch ein Kleinkind, was hier da angeschnallt ist, näher an die Vordersitze ranbringt, dass man nochmal schnell den Schnuller einstecken kann. Ja, was die Kinderchen angeht, wir haben hier elektrische Fensterheber, allerdings ohne Automatik, was dementsprechend heißt auch ohne Einklemmschutz. Das ist ein bisschen schade, denn hinten an der Heckklappe, da funktioniert der Einklemmschutz sowohl im oberen als auch im unteren Bereich hervorragend. Ja, wir haben Isofix-Halterung hier direkt zwischen den Polstern und jetzt hier das nächste für den Mittelsitz. Das ist dann so ein doppeltes Ding und hier nochmal einzeln. Also müsste man hier eigentlich drei Isofix-Sitze einbringen können. Ob das von der Breite ausgeht, konnte ich leider nicht ausprobieren. Die Gurtpatschen, zumindest für die äußeren beiden Sitze, sind starr. Da können sich die kleinen Kinder gut selbstständig anschneiden. Und der Gurt für den dritten Person ist hier auch direkt im Sitz angebracht. Es gibt keine Möglichkeit, den Beifahrer-Airbag zu deaktivieren. Auf dem Beifahrersitz haben wir leider keine Isofix-Halterung. Ich habe mehrere Möglichkeiten, den Kofferraum zu öffnen über die Funkfernbedienung, über den Knopf im Innenraum, den Taster hier oder aber über eine lockere Wischgeste unterhalb des Stoßfängers. Und dann öffnet sich die Klappe. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Hier gibt es gar keinen Schalter, sondern der ist tatsächlich hier im Innenraum. Und wenn ich jetzt stehen bleibe und mich unterhalte und dieses ganze Warnbimmeln ignoriere, er hat auch einen Einklemmschutz, nicht nur im oberen, sondern auch im unteren Bereich. In den Kofferraum vom Jeep Cherokee passen 448 Liter. Bei umgeklappter Rücksitzbank sind es 1555 Liter. Dann zeige ich euch auch gerne einmal den Kofferraum. Wir haben hier einen Sichtschutz ohne Führungsschiene. Schippt der so nach hinten. Dann hier ein Zwei-Seiten-Teppich quasi. Finde ich sehr praktisch. Einmal die gute Gummimatte und auf der anderen Seite Velour. Aber wenn man etwas Direktiges abstellen muss, nutzt man halt die Gummimatte. Hier geht es eine Etage tiefer. Da hätten wir auch Platz für ein Reserverad. Hier jetzt das Tire-Kit, Abschlepphaken und das First Aid-Kit. Dann können wir wieder runterfahren. An der Seite dann hier eine Zueröse erstmal und zwei Taschenhaken. Ein bisschen weiter vorne dann eine Innenraumbeleuchtung und ein 12-Volt-Anschluss. Und noch ein Stück weiter vorne dann die zweite Zueröse. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die Zuerösen. Einen dicken Subwoofer und hier nochmal zwei Taschenhaken und eine weitere Kofferraumbeleuchtung. Der Schalter zum Schließen der Klappe, der befindet sich hier. So, mit gebührendem Abstand zur Stoßstange komme ich nicht mal ansatzweise. Der ist ja da hinten an das Sitzding. Und ich hatte arge Probleme hier, den Sichtschutz rauszunehmen. Dazu ist der dann hier noch so festgeklippt. Das lässt sich aber sehr schnell lösen. Kann man quasi auf der Rücksitzbank nochmal so Klamotten hinter sich werfen. Die fallen nicht gleich in den Kofferraum, sondern bleiben dann auf dieser Zwischenablage. Und so ist der Sitzschutz ausgebaut. Um die Rücksitzbank umzuklappen, greife ich hier einmal und schon fallen 60% auf der linken Seite und die restlichen 40% dann auf der rechten Seite. Wir haben hier eine ansatzweise ebene Ladefläche, wobei die nach vorne hin aufsteigt. Und wenn ich die Rücksitzbänke jetzt noch ein Stück weiter nach vorne schieben würde, hätte ich da ein kleines Loch. Aber dafür habe ich hier so zwei Klappen, die kann ich da rüberlegen, damit ich dieses Loch dann halt nicht habe. Mein 28 Zoll Rennrad habe ich hier einfach in den Kofferraum geladen. Bei umgeklappter Rücksitzbank geht das problemlos, ohne dass ich die Laufräder ausbauen muss. 542 Kilo darf ich zuladen hier bei unserem Testwagen. Davon 68 Kilo aufs Dach verbanen. Jeep bietet auch eine Anhängerkupplung an mit einer Stützlast von 125 Kilogramm. Damit darf ich Hänger ziehen mit einem Gesamtgewicht von 2490 Kilogramm, ich glaube sogar 95 Kilogramm, also fast 2,5 Tonnen. Wenn man keine Bremsanlage am Hänger hat, ist man allerdings limitiert auf ein Zuggewicht von 450 Kilogramm. Herzlich Willkommen zu meinem Fahreindruck hier mit dem Jeep Cherokee Overland, 2,2 Liter Diesel, 195 PS. Die Rückfahrkamera, ja, wir haben hier einen Wendekreis bei dem Wagen von 11,6 Meter. Muss ich natürlich ein bisschen hin und her zurücksetzen. Ich bin mal sehr gespannt, wann sie hier die ganzen Bäume an der Kraxer Straße wegmachen, die sie hier gefällt haben. Es gibt unterschiedliche Fahrprogramme über Select Terrain quasi. Wir haben eine Auto-Einstellung, Snow, Sport, Ascent & Mud. Ich gehe jetzt mal auf Sport. Das zeigt er mir auch im Display einmal kurz an. Und bewege mich jetzt hier zur Sprintstrecke. Asphalt ist noch so ein Hauch von Nass. Vollgas. Ups. Vollgas. Ja. Noch weit vor dem 70-Schild, aber man hat, glaube ich, schon gemerkt, so ein richtiger Schnellstarter ist er nicht. Wobei auf dem Papier ließ es sich anders. 8,8 Sekunden, das ist ja durchaus okay. Ich habe das Licht angeschaltet, damit ihr hier einmal seht, die Schalter sind weiß beleuchtet. Und zwar alle, auch die auf dem Lenkrad. Und so kann ich auch alle Schalter im Dunkeln finden. Ich gehe mal wieder zurück auf die Auto-Einstellung. Der Cherokee kommt natürlich vorne und hinten mit Scheibenbremsen. Die haben auch überhaupt keine Probleme, hier die 2 Tonnen Leergewicht entsprechend zu verzögern. Wenn ich den Fuß aufs Bremspedal lege, sobald ich Druck ausübe, verzögert der Wagen auch. Also man hat da jetzt nicht einen Weg, den man erst gehen muss, sondern sofort bei Druck bremst das Fahrzeug runter. Der Wagen kommt mit einer 9-Gang-Automatik. Ab und zu habe ich das Gefühl gehabt, die könnte noch einen Tucken früher schalten. Dann hält er die Drehzahl noch, obwohl eigentlich so von der Fahrsituation das jetzt schon geschaltet werden könnte. Gerade bei so Automatikgetrieben mit diversen Gängen, also 8 plus oder 7 plus. Das ist ja nicht dafür gemacht, dass ich immer eine tiefe Drehzahl habe. Weil der Wagen ruhig läuft, wenig verbraucht. Und hier hatte ich das eine oder andere Mal das Gefühl, der könnte ruhig ein bisschen früher schalten. Das ist nicht wirklich störend. Er dreht auch jetzt nicht wahnsinnig hoch. Aber wenn man das Auto ein bisschen gefahren ist und die Geräuschkulisse kennt, dann merkt man halt, da geht noch ein bisschen was. Ja, und im Übrigen kann ich auch manuell schalten. Drücke ich den Gang hier rüber und kann dann hoch runter schalten oder ich nutze halt die Schaltwippen. So, jetzt sind wir auf der Fahrwerkstrecke. Ich versuche mal hier 55 kmh auf meinen Fuß zu bekommen. Zwei DIN-Fugen vorweg. Die spüre ich. Aber das finde ich noch so im Rahmen. Das ist ganz lustig. Ich habe gestern mit Alex im Auto gesessen. Wir waren uns einig, dass der Wagen sehr komfortabel ist. Jetzt hier die Wellen. Und die nimmt er auch gut weg. Aber wenn die Fugen oder die Wellen ein bisschen stärker werden, dann spüre ich das schon und höre das. Die Sitze fehlen aber eine ganze Menge weg. Aber was ich eigentlich sagen wollte, mit Alex besprochen. Ja, der ist wirklich angenehmer Reisebegleiter. Schön komfortabel, auch mit der Autobahn. Und dann fahren wir ja just auf so ein Stück zu, wo es die ganze DIN-Fugen gibt. Und dann denkst du, habe ich das jetzt die anderen 1500 km nicht richtig wahrgenommen? Oder achtet man dann speziell drauf? Ich lege mich aber fest, dass der für ein SUV auf jeden Fall komfortabel abgestimmt ist. Und dass die Sitze in Verbindung mit dem Fahrwerk das Fahrzeug zum wirklich angenehmen Reisebegleiter machen. Was ich ganz vergessen habe, eben eine Lenkradumdrehung und eine Viertel. Das heißt zweieinhalb Lenkradumdrehung von Lenkanschlag zu Lenkanschlag. Und ihr seht es vielleicht auch, es lässt sich hier wirklich herrlich einfach bewegen. Zumindest für das große Auto. Also die Servo-Unterstützung auch beim Einparken ist sehr angenehm. So, jetzt geht es auf die Autobahn. Sportprogramm bemühe ich mal nicht. Ja, und durch die hohe Sitzposition, die eigentlich den Wagen so ein bisschen zur Trutzburg macht. Aber habe ich zumindest Hemmungen hier schneller als 60 in der Kurve zu fahren. Kann aber festhalten, dass die Sitze sogar einen Hauch von Seitenhalt bieten im oberen Bereich. Das ist hier von 90 mal voll aufs Gas. Und ich bleibe auch stehen. Ja, das belassen wir mal dabei. Der Verkehr lässt es nicht anders zu. Ganz interessant, ab 160 ungefähr fängt die Haube an zu flattern. Das hatten wir schon auf der Autobahn, haben dann auch angehalten, geguckt. Ist die wirklich ordentlich verriegelt? Ja, ist sie. Aber macht mich immer so ein bisschen nervös, wenn so eine Haube flattert. 100 kmh im neunten Gang bei 1500 Umdrehungen. Da habe ich ja zurückgeschaltet, warum auch immer. Ganz leichte Windgeräusche, aber kaum wahrzunehmen. Das Auto läuft schön ruhig. Und den Diesel höre ich aber auch noch so ein bisschen grummeln. 120 kmh im neunten Gang bei 1800 Umdrehungen. Die Windgeräusche sind ein bisschen lauter geworden, aber ich kann mich hier noch ganz normal mit euch unterhalten. 140 kmh im neunten Gang bei 2000 Umdrehungen. Ich kann immer noch ganz normal zu euch sprechen. Die Windgeräusche sind vielleicht noch ein Hauch lauter geworden, aber alles im Rahmen. Schön ruhig hier im Auto. 160 kmh jetzt bei 2200 Umdrehungen. Jetzt wird das ganze Umgebungsgeräusch schon ein bisschen lauter, aber ich muss meine Stimme halt immer noch nicht heben. Das wäre auch immer noch eine akzeptable Reisegeschwindigkeit. Knapp 180 kmh jetzt bei 2500 Umdrehungen. Jetzt werden die Windgeräusche schon ein bisschen lauter. Ich hebe meine Stimme ganz leicht. Ich habe aber gestern Abend auf der Rückfahrt mit Alex mich bei 180 auch noch nicht unterhalten können, ohne dass wir uns jetzt anschreien. Also auch 180 würde ich noch als akzeptable Reisegeschwindigkeit akzeptieren. Der Jeep hat Verbrauchsangaben von 6,6 Liter Neftsangabe und 7,9 Liter WLTP. Wir sind jetzt hier gut 1400 km mit dem Auto gefahren oder nicht ganz und kommen auf einen Durchschnittsverbrauch von 8,3 Liter. 8,4? Ja, springt da wohl so ein bisschen. Hoppla. Also 8,4 Liter, das finde ich immer noch akzeptabel, wenn man überlegt, dass der WLTP bei 7,9 liegt. Viel wichtiger ist aber, Alex ist den Wagen ja weitestgehend gefahren. Der macht auch Effizienzrunden und ist bei einer effizienten Fahrt, die nicht spaßbefreit war. Also durchaus ein bisschen Autobahnen, da auch nicht nur Strich 130 waren, auf einen Wert von 6,6 Liter gekommen. Der ist also exakt auf den Neftswert gekommen. Und da muss ich sagen, das finde ich doch durchaus beeindruckend, auch wenn wir mit den 8,4 Litern jetzt deutlich über den 6,6 liegen. Wir sind aber nah genug am WLTP dran, von dem wir ja alle wissen, dass der wirklich realitätsnah ist als der Neftsverbrauch. Von daher finde ich das ein sehr akzeptables Ergebnis für das Fahrzeug, bei dem Gewicht und der Größe auch. Zum Ende fasse ich kurz zusammen. Ich möchte hervorheben, diese wirklich gefühlt sehr, sehr hohe Sitzposition, die da wirklich einen guten Blick gibt und auch ein sehr sicheres Gefühl vermittelt. Ist kombiniert mit einer Fahrwerksitzkombination, die sehr angenehm ist, mit einem 2,2 Liter Diesel mit 195 PS, der ausreichend motorisiert ist, um auch zügig auf der Autobahn unterwegs zu sein. Der sich aber deutlich wohler fühlt, meine ich zumindest so im Bereich zwischen 140 und 160 kmh. Da passt es auch hervorragend mit der Reiselautstärke. Im Grunde für mich ist es ein perfekter Langstreckenbegleiter, vor allen Dingen mit dem Dieselmotor, den man aber auch in der Stadt gut lenken kann. Da kommt einem dann wieder die Lenkung zugute, die schön freigängig ist. Und ich finde das Auto auch übersichtlich. Mehr muss ich glaube ich nicht sagen. Dann komme ich noch zu den Assistenzsystemen, ein bisschen verwirrend. Wir haben hier einmal den normalen Tempomaten auf der rechten Seite und dann gibt es hier nochmal den Abstandstempomaten, den man dann nicht gleich setzt. Oder ich dachte zumindest bei den ersten Fahrten, nö, kein Abstandstempomat, gibt es doch gar nicht. Den habe ich aber, habe den jetzt mal gesetzt auf 120. Ich fahre hinterm LKW her, der fährt natürlich deutlich langsamer, also fährt das Auto hier auf das Fahrzeug zu und bleibt mit gebührendem Sicherheitsabstand in der Geschwindigkeit des Fahrzeugs vor uns hinter ihm. Und den Abstand könnte ich auch noch regulieren, wenn ich möchte. Das sieht man aber kaum hier im Display. Der ist also auf jeden Fall schon mal gegeben. Dann habe ich einen aktiven Spurhalteassistenten, sieht man hier links oben bei der Geschwindigkeit jetzt grün leuchtend. Er hat die Spuren also erkannt. Ich lenke mal raus. Er fängt sich wieder, lenkt mich aber zur linken Seite. Er fängt sich wieder und regelt jetzt hier halt so ein bisschen hin und her. Das heißt, das Fahrzeug hält mich mit dem Assistenten nicht konstant in der Spur. Wir haben auch einen Todwinkelwarner. Hier schiebt sich gerade eine A-Klasse an mir vorbei. Die ist quasi mit ihrer Stoßstange auf der Höhe meiner hinteren Stoßstange und dann warnt mich das System. Ich persönlich würde mir wünschen, wenn es mich ein bisschen früher warnt, gerade der Audi kommt jetzt hier mit ein bisschen höherer Geschwindigkeit daher oder jetzt im Rückspiegel sehe ich noch einen Volvo kommen. Und bei so einer Geschwindigkeit wäre die Warnung natürlich ein bisschen früher doch sehr angenehm eigentlich. Was fehlt, ist eine Verkehrszeichenerkennung. Ich habe jetzt gerade nochmal aufs Navi hier auf die Kartenansicht umgestellt. Da wird mir zwar ein Tempolimit angezeigt. Das passt aber hier auch definitiv nicht. Hier waren wir 130, glaube ich. Weiß ich aber auch nicht genau. Es ist definitiv hier offen. Also werden mir hier vermutlich Daten aus dem Kartenmaterial kredenzt, die auch nicht ganz aktuell sind. Aber drei von vier Systemen hat er. Und auch in der Ansicht Fahrassistenzsysteme wird mir tatsächlich nur der ACC und der Spurhalteassistent angezeigt. Damit bin ich dann auch schon durch mit den Assistenzsystemen. Und natürlich gibt es auch einen City-Notbremsassistenten. Den müssten hier aber meines Erachtens mittlerweile alle haben. Und ich kann die auch nicht wirklich testen. Ja Kinder, das war es auch schon. Unsere Videokaufberatung zum Jeep Cherokee Overland mit dem 2,2 Liter Diesel. Zum Ende zwei Punkte, die mir nicht so gut gefallen. Zum einen, dass ich hier hinten als Erwachsener mit einer Körpergröße von 1,80 Meter nicht vernünftig sitzen kann. Finde ich ein bisschen dramatisch, weil man das Schiebedach auch nicht abbestellen kann beim Overland. Das ist einfach dabei. Das ist Serie. Und der zweite Punkt im Infotainmentsystem. Wir haben ja kalte Tage, darum sehe ich ja auch so aus. Dass man zwei Klicks im Infotainmentsystem braucht, um zur Sitzheizung zu gelangen. Statt einfach einen Schalter irgendwo zu haben, wo ich sie einfach aktivieren kann. Ja, gut gefällt mir hingegen. Die Sitze mit dem Fahrwerk und der Motorisierung machen aus dem Fahrzeug einen hervorragenden Langstreckencruiser. Du kannst wirklich sehr bequem auch lange Strecken unermüdet zurücklegen. Und der zweite Punkt ist, dass man bei effizienter, aber nicht spaßbefreiter Fahrweise in den Neffs reinfahren kann mit 6,6 Liter. Das geht durchaus, ohne dass man sich beim Fahrspaß oder bei der Fahrweise zu sehr kastrieren muss. Und da muss man wirklich sagen, Chapeau, das hatten wir auch schon lange nicht mehr in der Form so. Zumindest bei so einem großen SUV. Ja, meine Bewertung, die ich hier eingeblendet habe, die erkläre ich auch nochmal in einem Meinungsvideo. Das findet ihr auf ausfahrt.tv+. Das ist einmal unten im Videobeschreibungstext verlinkt. Und kommt auch im Abspann. Ich glaube, oben links könnt ihr direkt anklicken und das zweite Video gucken. Da erkläre ich nochmal, warum ich wie was bewertet habe. Sollte euch das Video gefallen haben, freue ich mich immer über einen Daumen nach oben. Sollte euch etwas falsch gesagt haben oder ihr wollt eure Meinung kundtun, ich freue mich sehr, wenn möglichst viele Leute viele, viele Kommentare schreiben. Kriege ich auch immer ein bisschen Feedback und sehe, wie ihr das seht und kann da gegebenenfalls drauf eingehen. Ja, das soll es gewesen sein an dieser Stelle. Ich verabschiede mich wie immer vom kalten Bilsterwerk und sage Tschüss, bis dann. Euer Jan. Ich verabschiede mich.